Bevor ich so ein Ding nicht irgendwo am Himmel sehe und für den 24. September wäre das Ding schon verdammt dicht dran. So lange ist mir das auch egal. Tschüss! Jetzt kommen wir noch zu zwei Themen, die ich einfach so geil fand, dass ich sie mit in diese Folge packen musste. Einmal meine neue Lieblingsserie in Zukunft, Breaking Mad. Aha, wegen Hackfleisch und so. In Offenbach hat die Polizei nämlich eine illegale Wurstproduktionsstätte ausgehebelt. In einem Mehrfamilienhaus hatte ein Mann über eine halbe Tonne rohes Hackfleisch ungekühlt gelagert, um damit auf vollen Touren die private Wurstproduktion anzukurbeln, was allerdings, sobald diese am Dritte weitergegeben werden, nicht mobilisiert.